Wie stark ist Nanami? Nanami ist ein Jujutsist ersten Ranges und zeichnet sich durch sein außergewöhnliches Können und sein taktisches Denken aus. Er besitzt hervorragende physische Fähigkeiten und beherrscht eine Vielzahl an Techniken, wie zum Beispiel Overtime. Es ist ein wichtiges Gelübde, die seine Ausdauer und sein Durchhaltsvermögen im Kampf erheblich verbessert. Sobald er über seine normale Schicht hinausgeht und über Stunden beginnen, schwillt Nanamis verfluchte Energie dadurch stark an und verleiht ihm einen Schub an Kampfkraft. Dazu hat Nanami die angeborene Technik Ratio, mit dem er sein Ziel durch 10 Linien teilt und gewaltsam eine Schwachstelle im Verhältnis von 7 zu 3 erzeugt. Diese Linien müssen nicht mit der Länge oder Flügelspanne des Ziels übereinstimmen. Damit ist Nanami Kento insgesamt ein äußerst starker Charakter mit einer einschartigen Kombination vom analytischen Denken, dem tiefgreifenden Verständnis der Welt der Flüche und körperlicher Stärke. Sein Einsatz der Ratio Technik und seine Fähigkeit, praktische Entscheidungen im Kampf zu treffen, machen ihn zu einem gefürchteten Gegner für jeden, der nicht das Plus weg macht.